Bewegt euch, ihr Lachsteller, Männer! Auf, auf, auf! Entschneller! In der Zeit... Machen wir noch... Feuer! Feuer! Mein Herr! Wir sind durch jemanden! Halt auf! Unterwegs! Jetzt gibt es mal eine kleine Schöne Schlacht. AnIA HALS! Auf, auf, auf! Auf, auf! Wir sind auft, auf! Auf, auf! So... Jetzt haben wir ihn bald gewonnen. Verdammt, ich habe keine Feinde mehr. Ui, das war mal eine harte Schlacht. Okay. Das sieht auch schon mal ein bisschen anders aus. Hm. Wir haben mal wieder viel zu viel Geld. Ja. Und ja, wir haben ja nicht genug Geld. Okay, dann schieben wir dann noch Sardinien. Möge euch die Sonne den Weg an. Genau, nach Sizilien. Politische Übersicht. Und dann gehe ich mal nach Apulien. Wie lautet euer Befehl? Oh, hübsch viele Einheiten können wir hier machen. Aber hier wollte offensichtlich niemand eine Bibliothek bauen. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoher. Und schon sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Politische Übersicht. Hm. Wie lautet euer Befehl? Anderes Begehren. Litau? Nein. Ja, mein Herr. Auf die Schiffe. So. Guten Tag, mein Herr. Dann schicken wir hier nach Sizilien. Guten Tag, mein Herr. Und wiederkehren dieses Kaff. Mann, Herr. Geh noch weiter nach Apulien. Fregt hier an. Lasst uns an Land gehen. Das wird auch lustig. Belagert diese Stadt. Seht euch die Festung des Feindes genau an. Ja. Sie besitzt einen Verteidigungswall. Oh, das hätte ich jetzt nie allein rausgefunden. Dies ist die feindliche Armee. Mhm. Mhm. Eure Hohalt. Dies sind eure Stellungen. Hübsch. Leicht überlegen. Wir bleiben. Keine Verstellung. Halt euch. Dann reißen wir doch mal die Mauer ein. Mann, Feuer. Wir sind durch Ihre Mauern gebrochen. Bewegung. So. Wir haben soeben ein Katapult verloren. Das ist sehr schade. Aber wir können eine Kaufmannsgilde bauen. Aber ich habe keine Malt abgerissen. Das war keine so gute Idee. Ja, ja. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eure Hohalt. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Ja, Römer. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eure Hohalt. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Und müssen wir unsere Katapulte woanders herholen. Politische Übersicht. Dann. Auf zur See. Gehen wir mal auf die Schiffe. Gehen wir mal auf die Schiffe. Gehen wir mal hier. Ich hoffe, dass es... Ich marschiere los. Okay, es gibt keine Seeschlacht. Was unser Land gehen. Unser Kleriker war erfolgreich. Und hat eine Provinz. Möge Gott uns schützen. Man hat. Wer lagert diese Stadt? Ein neues Gebäude wurde errichtet. Was ist euer Wunsch? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Dies ist die Festung des Feindes. Sie besitzt eine Mauer. Dies ist die feindliche Armee. Ja, feindliche Armee. Ja, okay. Eure Hohalt. Die Truppen erwarten euren Befehl. Dann wollen wir mal. Das wird doch mit drei Katakulten zu schaffen sein. Zielt genau. Feuer! Mein Herr, wir haben Ihre Mauer zum Einsturz gebracht. Jetzt schneller! Eure Hohalt. Der Feind winselt um Gnabdeck. Noch schneller, Männer! Gute Nachrichten, mein Herr. So. Der Feind hat sich ergeben. Der feindliche Marschall ist in unserem... Das war auch wieder ziemlich einfach. Ah, jetzt habe ich neue Fähigkeiten. Hier haben wir dann Katapult. Dann bauen wir hier doch mal einen Molistententurm. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Ja, ein Eckturm. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Angriff! Und dann bauen wir da noch ein bisschen Tore rein. Guten Tag, mein Herr. Den guten Mann hier schicken wir nach Apulien. Ich grüße den strahlendsten Herrschel. Und dann geht es weiter nach Dalmatien. Und hier können wir mal nach Ceta. Das ist auch hier mit Tod. Und Deutschland wird immer kleiner. Mein Herr, ein Bote ist angekampft. Okay. Ich denke, es ist sie, das sollten wir besser verteidigen. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Oh, es kommt Verstärkung. In den Gegner. Seht euch die Festung des Feindes genauer. Sieht auch interessant aus. Dies ist die Armee, die die Stadt verteidigen wird. Von hier aus werden wir die Festung attackieren. Leicht überlegen nur. Oh. Da kommt die Gegner aus der Verstärkung. Vielleicht zweimal. Müssen wir ein bisschen umbauen. Oh, scheiße. Lebensritter. Ja, Kampfangriff 220. Sehr schlecht für uns. Das war nur die Einzige. Verdammt. Wir haben keine Pfeile mehr. Das sind noch zwei Marschall. Im Moment haben wir noch die Katapulte. Mein Herr, die Moral des Feindes findet. Wir haben ihren Pfeil getötet. Und die Armee wird die Sagen des Feindes rebellieren. Das war mehr als nur knapp. War immerhin gewonnen. Okay. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Politische Übersicht.